Die Gründungsidee dieses Teams ist es, städtische Gemeinschaften nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft mit nachhaltig angebauten Lebensmitteln zu versorgen. Traditionelle Anbaumethoden erfordern große Mengen an Wasser und den Einsatz von Pestiziden. Das ist nicht nur teuer, sondern hat auch negative Auswirkungen auf die Umwelt. Vertical Farming ist eine moderne landwirtschaftliche Methode, bei der Pflanzen auf vertikalen Ebenen angebaut werden. Pflanzen können so in einem klimatisierten Raum durch die Zugabe von elektrischem Licht und einer Wassernährstofflösung dauerhaft unter optimalen Bedingungen wachsen. 97% Wasser kann im Vergleich zu klassischen Anbaumethoden eingespart werden. Auf Pestizide kann vollkommen verzichtet werden. Der Weg der Lebensmittel zum Endkonsumenten kann mit Container Farming deutlich verkürzt werden. Das spart Emissionen und bringt die Produkte frischer in den Verkauf. Vertical Farming und auch Container Farmen sind bereits länger bekannt. In Europa und Deutschland ist es aber noch wenig verbreitet. Das SIGA-Team möchte eine besondere Anbaumethode nutzen, bei der sich die Pflanzenwurzeln in der Luft befinden und regelmäßig mit einer feinen Wassernährstofflösung besprüht werden. Der Vertical Farming Markt ist vielversprechend und bietet großes Wachstumspotenzial. Die jährliche Wachstumsrate des europäischen Vertical Farming Marktes wird auf bis zu 25% bis 2030 geschätzt. Herzlichen Glückwunsch an Martin Auer, Joshua Biron und Sohal Husseini zur Leuphana-Gründer-Idee des Jahres 2023. Untertitelung des ZDF für funk, 2017